Wir brechen aus in die Wildnis und suchen Schutz in ihr. Endlich. Ich kann wieder atmen. Man muss sich schämen. Im Dorf hat sich einer versteckt aus Westhofen. Sie bellen wie besessen. Etwas wimmert und winselt. Drei Saltos! Das ist das Höchste, was der menschliche Körper aus sich herausholen kann. Billioni! Was jetzt geschieht, geschieht uns. Hab mich an jedem Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Die Krähen waren für den Bählenschloss nach einem Hut an jedem Haus. Ein Netz! Jeder, ein Jäger! Ich laufe, ich laufe zickzack durch die Kast. Sie werden mich spenden. Hier hab ich gelebt, glücklich, voll an. Nicht weit von hier wohnt meine Mutter. Sie werden mich spenden. Ich kenne diese Steine, diesen Hof, das Baldiens Gästchen. Sieben sind wir. Sieben Flüchtlinge oder sieben Tote. Du bist um sein Leben gegangen. Ja, aber auch um unseres. Sie haben Angst, dass er kommt. Zu uns. Ihr Bruder Georg, der Flüchtling. Ich werde nichts aussagen. Dann sage ich nichts mehr. Nie wieder. Ihr habt recht. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch unter Menschen. Ich bin ein Mensch entde